Wo ist man? Etubliebe. Ich muss jetzt sprechen? Nicht jetzt, aber gleich. Frankreich trifft Österreich. Ganz stilvoll und extravagant. Der Grund, der französische modische Jean-Paul Gaultier durfte jetzt seine Kreativität in den Schaufenstern der Wiener Swarovski-Kristallwelten ausleben. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten bei der Präsentation. Vielen Dank für die Einladung. Ich stimme hier allen zu, denn das Einzige, was ich heute bisher verstanden habe, war kaputt und Liebesgeschichte. Dabei würde er so gerne Deutsch sprechen können. Ich würde es lieben, aber ich kann es einfach nicht. Für ihn gab es an diesem Abend ohnehin nur eine Art zu kommunizieren, eine charmant-witzige. Ich möchte gerne ein Foto machen. Am liebsten eines von euch. Ich bin nicht Madonna. Es ist okay. Ich weiß, mit dem Ruhm umzugehen. Aber nicht nur den Medienvertretern scheint ihr den Kopf verdrehen zu wollen. Auch die Damenwelt ist schlicht weg aus dem Häuschen. Da bahnt sich sogar eine Ehekrise an. Mein Herr, Sie haben gerade ein Foto mit meiner Frau gemacht. Sie könnten zu einem Problem meiner Ehe werden. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Christian Bucher. Traum meines Lebens passiert. Das war wirklich Highlights dieses Jahr. Ey, so. Ist euch was aufgefallen? Ich habe bis jetzt nicht eine Frage gestellt. Eine Frage? Wir reden, reden. Ja, wir sind ja auch aufgeregt. Ja, das erste Mal kann selbst den erfahrensten Medienprofi aus dem Konzept bringen. Und an diesem Abend gab es viele erste Male. Eine freudige Begegnung, auf die man im Hause Swarovski schon lange gewartet hat, inklusive. Denn wo Jean-Paul Gauthier, da darf eine ganz besonders nicht fehlen. Conchita Wurst. Wir haben Sie persönlich noch nie kennengelernt und freuen uns schon. Aber wir haben Sie mitgefiebert beim Song Contest. Ja, absolut. Dann wollen wir die beiden absolut nicht länger auf die Folter spannen. Ein Treffen der Giganten. Kristall trifft auf internationalen Star-Designer, trifft auf Muse. Und diese tut eben das, was eine Muse so tut. Sie inspiriert. Da verrät der Großmeister auch gleich, welche geniale Idee er noch für Conchita hätte. Es gab in den 90ern einen Hit, Je m'appelle Lolita. Wäre doch toll geeignet für Je m'appelle Conchita. Nichts leichter als das. High Society führt zusammen, was zusammen gehört. Also, wie war das jetzt gleich nochmal? Sing doch Je m'appelle Conchita. Ich schicke dir den Link. Es könnte großartig werden, wenn du singst. Eigentlich eine gute Idee. Kannst du mir das schicken? Ja, ich schicke dir den Link. Es war ein großer Hit in Italien und du könntest ihn zu deinem eigenen Song verändern. Ich wollte ohnehin etwas auf Französisch machen. Ob an diesem Abend eine Idee für einen neuen Conchita-Hit geboren wurde? Wie?